Und der Startröste vorliegt, total verplatzt die Heditrisse mit Start. Blau, Aragon versucht also den Anschluss heutzutage zu tun. Aber heute wird auch ein Stärk gewonnen in Hauby und Götterblatt und Götterblatt. Der Vorsprung von Hauby wächst jetzt lang zu 8-9 Längeln. Und Hauby gewinnt das im Nachhinein von Götterblatt und Aragon, der noch stark, stark aufgekommen ist. Ich bin gespannt auf seinen zweiten Vorlauf. 3,4 Minuten für Lauf 26 und den Rot. Immerhin ist es wie ein Viertiges.